Hey Leute und Herzlich Willkommen zu Türchen Nr. 3 schon. Gerade Türchen Nr. 2 aufgenommen, jetzt Türchen Nr. 3, weil ich zu spät Türchen Nr. 2 aufgenommen habe. Raps an mich. Aber kommen wir zu Türchen Nr. 3. Gleich mal, ich hab gar nicht geguckt, wo Türchen Nr. 3 ist. Ich hab Türchen Nr. 3 gefunden. Es hängt da. Entschuldigung Mama, ich hab die Sackle abgeschnitten. Hey, was ist denn das da? Ich kann schon reingucken. Ihr seht jetzt gleich im Close-Up. Also bis dahin. So Leute, das war's mit Türchen Nr. 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sehr spannend, was da drin war, fand ich ebenfalls. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann zu Türchen Nr. 4. Also bis dahin, like mir, komautastisch. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020